Seit 33 Jahren ist Rechtsanwältin Gabriela Hempel mit Leidenschaft für ihre Mandanten im Einsatz. Als Fachanwältin, auch für Familienrecht, tritt sie in Sorgerechtsfragen, Unterhaltsauseinandersetzungen, bei Scheidungen und auch bei allen die Scheidungen und Trennung betreffenden Problemen für außergerichtliche und gerichtliche Einigung ein. Diese Fachanwältin verhilft Ihnen zu erfolgreichem Ausgang und Lösung Ihres Problems. Von Ihrer Kanzlei am Wandsbecker Markt in Hamburg aus vertritt sie deutschlandweit Ihre Mandanten. Dort begrüßt Frau Hempel auch Sie gerne. Melden Sie sich für einen Besprechungstermin.